Jo Leute damit, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in diesem Video geht es um den nächsten epischen Auftrag und dieser heißt hier schwebe in den Türmen bei Steamy Stacks. In dem Video zeige ich euch wie man in den Türmen schwebt und wo die sind. Ist auf jeden Fall sehr sehr leicht und ich würde sagen dafür sehen wir uns gleich im Kampflabor. Wir müssen an der Stelle erstmal nach Steamy Stacks fliegen und Steamy Stacks ist natürlich rechts oben hier auf der Karte ganz genau an dieser Stelle. Und ihr seht man ja auch schon die zwei Türme, das sind die Türme hier in Steamy Stacks mit denen man halt rumschweben kann. Und ich werde ganz kurz einmal unten landen und mich hier reinschmeißen. Da seht ihr auch gleich schon, man wird hier so hochgetrieben. So, ich brauche nicht mal den Gleiter aufzumachen, ich werde einfach hochgetrieben und das ist damit gemeint. So schwebt man halt in diesen Türmen rum. So auch hier nochmal ganz kurz einfach reinschmeißen. Man sieht, ist wirklich super leicht und diese Türme sind auch verdammt gut, wenn man schnell von dem Ort hier wegkommen muss. Also einfach hier reinspringen und dann schwebt man hier so hoch und kann einfach mal hier wegfliegen. Also natürlich eine super leichte Aufgabe und das war es auch schon mit dem kurzen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.